Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blue Dragon Jahr und in dessen Part haben wir den Roboter Yasato, ich hoffe er hieß so, ja, Yasato getroffen oder auch 61 und zwar in diesem Haus des Meisters, der seit 10.000 Jahren nicht wiedergekommen ist sehr seltsam Leute wieso bin ich gerade nicht zu meinem Netzwerk gekommen keine Ahnung naja man schaut mir jetzt rein, die er vorher uns wieder 35 rauswirft oder Himayo oder Himato oder wie er heißt, keine Ahnung, ich kann mir ein paar einzelnen Namen nicht merken so, mal schauen und ich hab vergessen, was zu machen aus Queen, wunderbar und zwar heilen einmal, zweimal, zweimal so und so und so es tut sich ja sowieso wieder aufladen ah ja und dann noch was und zwar nein und zwar Sicherheit Niedermähen nein, brauche ich nicht so, wo gehst du denn da rein hm ich bin schon sehr gespannt, Leute was ist das hier Tempelgewölbe moin ah, das ist da schön stimmt stimmt etwas nicht wir haben gehört es gibt einen Weg die Torschranke zu deaktivieren ja das ist richtig und dann könnt ihr nach Norden gehen und müsst euch keine Sorgen wegen der Mondlaser machen wir alle sind nach Norden unterwegs verstanden ich zeige es euch ok dann zeig uns mal was ich bin schon sehr gespannt Tür öffne dich danke episch kommt es hier Monster oder was da wird eben gerade extrem abgespeichert hier ist es aber nur der Meister kann es bedienen wir probieren's mal ist das wieder Minispiel ja so geht das passt auf da kommt was super scho ich bin stolz ja ok das nenne ich ein Endboss zum Glück habe ich einen Cut gemacht vorher oh nee oder das glaube ich der Meister oh mein Gott das sieht auf jeden Fall ziemlich stark aus das probieren wir mal was aus das ja Schwert des Wassers ah nur um 40 und jetzt ziehe ich meinen Schuh drauf mal schon wer es zieht hat viel Spaß mit Wasser ah du ja die Flammen sind auch super so Schatten das zieht ja richtig rein oh der ist ziemlich anfällig auf Normalität noch Schatten so jetzt bist du fällig siebenhundert verdammt ich hoffe der zieht nicht so viel was habe ich gesagt er zieht hoffentlich nicht so viel was macht er er zieht mir 80 naja geht er nicht noch hier krieg ich schon klappt auf den Hintern so Schattenschwert yeah aufladen Hand aufladen drauf boom ja ok oh perfekt oh perfekt tritt mit dem Hinterbein schon wieder Aber geht eigentlich noch Und ein Konter Schon wieder Okay So 600 Schon ziemlich abgeschwächt denke ich Das müsste eigentlich bald tot sein Ja Wir müssen uns hier noch mit einem Klapp auf den Hinten Boom Autsch Autsch Das hat wehgetan Okay Und jetzt ist das viel Stoß Oder Ja Ja besiegt Ja besiegt Gut gemacht Giro Kriegst du für den Leckerli Was war das Das weiß ich auch nicht Ich denke wir können die alte Maschine jetzt anwerfen Dazu müssen wir nur Erstaunlich Könnte es sein dass ihr Ja Sehr sehr nice Jetzt können wir jetzt diese blauen Barriere rausschalten Hm Gefällt mir irgendwie So Ja das ist alles Könners Ich hab mir ein bisschen Zeit lassen müssen mit dem Endboss Das ist da und Ich glaube da sind wir hergekommen Oder Ne da sind wir hergekommen Und da ist noch mal eine Kiste Wunderbar Die brauche ich auch Übelst Ich bin in der Kisten Geile zu play Zauberschuhe Okay was machen die Ah ja Bevor ich noch nie was vergesse Nein Zauber So Das war's Und zwar Äh Gegenstände Zauberschuhe Zubehör Wertsachen Was macht denn der Herzen Das kann aus Die maximale MP Ich denke mal die kriegt Ja Hm Ja Weil nämlich die laden sich ja immer wieder auf Klug und Tio Ja und Einmal du Einmal du Einmal du Einmal du Und einmal du So Das ist fair Gehalten Und auch einmal du Dass du Träumet hast So Ah ja Und jetzt noch Diese Zauberschuhe Wo ist denn dieser Dreck Ja Keine Ist mir auch egal Könnt ihr mir ja An die Kombi schreiben hier Was die Zauberschuhe machen Oder was sie sind Oder Was auch immer Ich will einfach hochgehen Abspeichern Und das war's dann Da ist grün Ja Ich hab ihn vermisst Nicht Wir haben vermisst auch schon Ein Glasgrün So wie auch mal gerne wisst Wer ein Glasgrün vermisst Ich könnte auch gerne Darauf kann ich nicht verzichten Auf ein Glasgrün So Und raus Puh Naja Hab halt eigentlich Ziemlich viel erreicht An dem Tag Hm Vom Laserfeld Bis hierhin In einem Take Nicht schlecht Hm Welch nur bist du eigentlich 49 Okay Du bist unwichtig So Abspeichern Naja Leute Das war's Mal wieder Für Blue Ring Ja Für diesen Tag Für diesen gesamten Tag Ich will jetzt nicht mehr weiterspielen Vielleicht Ja Ich würde mal sagen Ach egal Ich muss doch schon mal Ich will weiterspielen Naja Das wird ihr euch auch nicht merken Weil ich hier weiterspiele Und ich red mir hier wieder Totalen Blödsinn Keine Ahnung Vielleicht Zeitschirpen Keine Ahnung Naja Leute Ich weiß ganz schön die Bände Tschüss Leute Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal Tschüss Leute ���ação Untertitelung des ZDF, 2020